Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr da seid! Merry Christmas! Wir wünschen euch alle wundervolle Weihnachten! Lasst es euch gut gehen! Unsere lieben Familie, fröhliche Weihnachten! Feiert schön, auch wenn wir nicht dabei sind! Dann unsere Freunde, fröhliche Weihnachten! Wir sehen uns bald wieder! Alle, die uns verfolgen auf unserem Blog und uns zuschauen! Fröhliche Weihnachten! Genießt einfach die Tage! Freut euch! Bald gibt es richtig viele neue Reiseberichte, denn bald werden wir weiterreisen nach Asien und wir genießt die Zeit und wir wollen einfach Danke sagen und zum Schluss, tut euch selbst was Gutes, denn ihr seid wunderbar, einzigartig und genießt euer Leben! Tut was Gutes für euch, denn es ist schön, dass es euch gibt! Bis bald! Sollte Seien